Es knarrt. Sie haben eine Waffe. Ich wollte gerade die Wohnung ausrauben. Wollen Sie das immer noch? Nein, will ich nicht. Dann gebietet es jetzt wohl die Höflichkeit, Ihnen eine Tasse Tee anzubieten. Sie stehlen Sachen. Ich stehle Sachen, ja, gelegentlich. Ich hatte unlängst eine kleine Meinungsverschiedenheit mit meinem Arbeitgeber. Peter Lake. Ich will ihn umbringen, sodass er für immer tot bleibt. Was war das Beste, was Sie je gestohlen haben? Ich habe das Gefühl, dass ich das noch stehlen werde. Sie sind unfassbar schön. Was empfinden Sie für Beverly? Wissen Sie über Ihren Zustand Bescheid? Sie stirbt. Wenn du mich jetzt nicht liebst, wird es niemand mehr tun. Ich schwärze Seelen und zerstöre Wunder, solange ich denken kann. Deine Liebe bringt Wärme in die Welt und Licht. Deine Liebe kann sie retten. Du wirst aber niemanden retten. Ich habe dich umgerannt. Alles klar? Ich bin Abby und wie heißt du? Ich weiß es nicht. Ich kann mich, solange ich denken kann, an nichts erinnern. Danke für die Hilfe. Beverly? Ihr Name war Beverly. Was passiert hier? Warum bleibe ich am Leben? Vielleicht hast du noch etwas zu erledigen. Er ist weder Engel noch Dämon. Nein! Wie kann er noch am Leben sein? Kann man jemanden so sehr lieben, dass er einfach nicht sterben kann? Du kommst spät. Weißt du, Peter? Nichts geschieht, was nicht geschehen soll.